Kapi Nishadana ist das Niedersetzen des Affen der Affensitz. Diese Stellung wird in einem klassischen Yoga-Text erwähnt, aber nicht genauer beschrieben. Aber wir können uns anschauen, wie ein Affe sich niedersetzt und so können wir annehmen, das könnte Kapi Nishadana sein. Setze dich auf dein Gesäß und gib dann die Fußsohlen auf den Boden und hebe die Knie hoch. Gib dabei die Füße so nah wie möglich zu deinem Gesäß, wie du kannst. Halte nur die Füße auseinander. Dann gib die Arme zwischen den Knien und die Hände auf den Boden und so bist du in Kapi Nishadana im Sitz des Affen. Dann gib die Arme zwischen den Knien und die Gästen auf den Boden und so sind die Begratung.